Warten, warten, anbremsen, halten, lösen, zack, jawohl, warten, anbremsen, tief, lösen, super, da war er schon, der Frontklapper, technisch gut, Schirm ist auch sofort wieder offen, jetzt machst du dasselbe, Vollgas, hau nochmal rein, jawohl, Kleiner Gegenklapper, 90 Grad, super, da ist er ganz brav, gut, wir starten die Katrin Epsilon 5 Türki, jawohl, wieder lösen, Michael, passt gut, nehmen wir wieder beide Steuerleinen anbremsen, Ja, Michael, nicht zu früh gegensteuern, beginnen, dann wird auch der Klapper größer, du beginnst fast gleichzeitig mit dem Einklappen, das Gegensteuern, gell, ruhig ein bisschen warten, gut, gibst ihn frei, Ende der Übungen, Jawohl, und ein bisschen mehr links, dreh wieder um, bis Richtung Landeplatz, fliegst gegen den Klapper, Jawohl, gehen wir wieder frei, Michael, und dasselbe mal auf der linken Seite, Zuerst einmal, kräftig ein, bis auf Vollgas, und rechte Seite rein, was nur geht, Jawohl, ja, gut, Okay, dasselbe jetzt noch einmal links, Die will ich nicht mehr sehen, hau sie weg, Komm, jawohl, der war gut, und raus aus dem Beschweiniger, jawohl, mit dem gehen wir mit zufrieden, Okay, nehmen wir, Volle Kanne, hauen runter, was geht, Jawohl, und wieder hoch die Arme, Jetzt hat er kurz gesagt, aber er fährt sehr schnell wieder an, Das ist gut, Jawohl, und raus, ja, das ist alles in Ordnung, Stabilos sind draußen, fast, Dresdor, Zack, die Hütten, Zack, bumm, Jawohl, okay, ja, Das war okay, lass ich gelten, gut, Und jetzt gleich noch einmal ein Beschleuniger, Keine Angst, in der Höhe aus gestern noch Spiraldür großer, Los geht's, Bestol, Festziehen, festziehen, halten, Ja, sinken ist okay, aber jetzt wird ein bisschen mehr, Okay, und schnell wieder hoch die Arme, lass sie oben, Schirm fliegt wieder, Nicht so mächtig hoch das Sinken, Gut, Und dann, Und dann, Und dann, Hör, Und durch, Genau, Jetzt was, jetzt vorflügt, vorflügt, Ruhiges an Zeit, Ja, das war nicht schön vorgegriffen, Jetzt wird die Ausweichung wieder begangen, Noch einmal und jetzt reißen, Und dann, Jawohl, Hör wieder, bitte, Ja, jetzt wird, Langsam fliegen, Linke Seite dann hochartig überziehen, Jawohl, Genau, Super, Das ist es. Jawohl, Leiden ab, Wir lassen es nicht gehen, Null, Zwei, Zwei, Das geht natürlich auch, Ein, zwei und mehr, Und jetzt ist ein, So ein bisschen, Bis zum einen, Dann geht die Arme auch noch, Super, Ich glaube ich habe sogar, Die beiden Seiten freigedruckt, Wurde nicht so toll, Aber das war, Sehr weg, Und die Ausweichung, Schnell wir noch einmal, Auf die andere Seite, Jawohl, Michael, Jetzt bist du schön drinnen, Und zum Gas geben, Kannst du jetzt noch einmal, Innen nachziehen, Geh noch einmal deutlicher auf die Innenbremse, Jawohl, Dann beschleunigt er noch einmal, Zum Ausleiten wieder ein bisschen nach, Innen und draußen drauf geben, Jawohl, Außen frei, Innen nach, 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 Jawohl, Super, Schau, So geht's, Ohne ein Problem, Perfekt. Ja, Ausleitung war perfekt, So wie, Ja, Ja, Vielen Dank. Vielen Dank. Jawohl, Michael. Sauber. Leiten wir aus. Genau. Fliegst dann gleich wieder weiter auf dem Landeplatz zu. Die Winger oben sind schon sehr, sehr gut. Jawohl. Wieder links. Steuerleine, Impuls. Genau. Wieder rechts. Steuerleine, Impuls. Zack. Außenseite passt. Super. Links, Impuls. Jawohl, ja. Das ist ein Super. Und dann leiten wir aus. Ende der Übungen. Sauber. Zur Landung. Perfekt, Michael. infra Umar recovery. Vers слож 늦ungen. All right. Hilfe is on's. Shut up. Un Также ist ein beau sexen Torou. Ich habe jetzt nur eine einfache Fahrt gekauft, weil es in 4er Karte leer war, ich warte dann einfach auf den Platz. Okay, alles klar. Ja, schön mich, super. In der Rolle, dass dein Gewicht schön nach innen stützen kann. Innenbremse wickeln, zügig die Spirale einleiten und zieh, 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 jawohl, super, bist schon drinnen. Perfekt. Ich glaube, schöner geht ja nicht mehr mit dem Schirm. Sauber ausgeleitet, Außenbremse, Spirale ausleiten. Und nachziehen, nachziehen, jawohl, super. Perfekt, bist schon drinnen. Sauber, brauche ich nichts mehr sagen, fliegst so weiter. Alles klar. Kalti, als nächstes ist der Luft der Andreas, und er möchte unschuldig. Der Andreas mit Stol, alles klar. Ja. 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 Ja, komm, ein bisschen schneller ausleiten, nicht so stark in die Spirale weggeben. Wenn du es satt ausleitest, gehst du zuerst auf die Außenbremse, und dann löst sich erst die Innenbremse höher. Dann spirale es nicht so viel noch, aber ansonsten hat es schon gut gepasst. Und dann die Außenbremse zur Ausleitung, zack. Ah, schon wieder so viel in Spirale. Das heißt, kann man ohne Spiralfase ausleiten, indem man auf die Außenbremse geht. Außen! Nein! Aber sonst super, Michael. Gut, aber unterm Schirm gehst du wieder nach rechts. Jawohl. Nach links das Gewicht, also noch einmal links, und jetzt rechts, Steuerleine rechts, zack. Stützen, Gewicht nach links, und wieder rechts, zack. Jawohl. Es war ein bisschen zu wenig, du musst schon einen Impuls geben. Ansonsten hätte es genau gepasst. Nur rechts, weiter. Jawohl. Und wieder links, Steuerleine, zack. Und jetzt nach rechts, und Steuerleine, zack. Noch einmal links, wing over, und zack. Und jetzt wieder rechts, zack. Und Gewicht nach links, und wing over rechts, zack. Ja. Und wieder links, und rechts. Jetzt wieder rechts, und wieder rechts, zack. Untertitelung des ZDF für funk, 2017